Die Meldung ist super montiert, das heißt wir können die Lager kaufen. Das war das Manuel-Helis. Jetzt fahren wir den Traktor so hoch. Das ist ein Speck. Das ist schön zu können. Ich bin ja nicht mehr auf die Luft. Das ist ein Traktor. Das ist ein Traktor. Das ist ein Traktor. Das ist ein Traktor. So hier, ruhig mal zuschauen. So, fahren wir auf Haltex kommen können. Wir fahren sich ein bisschen besser. Und im Umfall. Wir fahren noch mal zum Platz. Wir fahren noch mal zum Platz. Wie kostet das? Was aber? Ne. Jetzt haben wir mit dem Fahrzeug wohl. Die End. Weil es wir noch nicht mehr Geld haben. Wir haben noch nicht mehr. Das ist ganz schlecht. Wenn wir uns ein paar Geht in die Hälfte gehen. So. Das ist ein Traktor. Nach der Ruhe. Das ist nach der Nord-60 laufen. Und hier oben. Falt hell werden. Das ist ein Traktor. Das ist ein Traktor rechts. Ein Traktor ist da echt nichts. Das ist ein Traktor. Ich weiß. Das ist ein Traktor. Das ist ein Traktor. Das ist ein Traktor. Hier wollen wir rein. Das ist der Klappe, der kann ich nicht fahren. Jetzt werden wir gleich ein Zielsetzen für Saatgut. diverses hier ist ein Saatgut. Das ist alles. Das kann man nicht überkennen. Grunde muss ich jetzt schlecht beraten, das zu machen. Eifers brauchen wir noch ein Fahrzeug, um die Silage vom Silo in den Trichter zu bekommen. Das heißt, Kompaktlader oder Frontlader, Radlader wäre ganz gut. Liebherr oder Neuronland. Preis ist der am besten. Falten Guck bieten wir erst dann bräuchten wir noch eine große schaufel 3.000 5.000 das wird auch nicht gehen 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000 5.000 etwas es ist erntereif übrigens das ist gut da machen wir mal eine ladung ja da taucht wieder das ist ein kaltes 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 Das ist ein Rundschweig. Das ist ein Rundschweig. Der Rundschweig ist ein Rundschweig. Ich habe es nicht besorgt. Also, das ist ein Massencrash auf der Flasche. Also die Autos sind ja richtig gefahren. Die schubsen einen aber durch die Gegend. Noch mal, da dürften wir uns auch nicht verreden hier. Ja, weg von der Hauptstraße. Kleine Autos schicken in den großen Radlader hin und hier schubsen auf dem Fliebzug. Hekt es an die Rüste zu verraten. Jetzt nichts mehr Hannes. War das Hektro in der Fliebge. Wir werden an der Fliebge durch die Fliebge in den Fliebge. Ja, wir werden nicht nur auf die Fliebge in der Fliebge. Wo ist die Fliebge? Weitere Folge Also hier hinten steht noch viel an Fahrzeugkauf, Krätekauf Da kann man noch was kaufen Und hier noch die erste Runde beiträgen Dass wir... Klazer heimbringt was wir hier noch Lance Nark2 Hull 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020